Hey Leute, ja vor gut sieben Monaten habe ich mich gefragt, ob sich eine Photovoltaikanlage für uns auf dem Dach wohl rechnet. Und letztendlich habe ich sie dann drei Monate später bestellt. Wie der aktuelle Status da so ist und ob ich denke, dass sich aktuell überhaupt noch eine Photovoltaikanlage rechnet, das klären wir in diesem Video. Viel Spaß! Ja, wie gesagt, es ist nun ungefähr vier Monate her, dass ich die Anlage bestellt habe und man hatte mir in Aussicht gestellt, dass die ganze Sache im Februar installiert werden würde. Ihr wisst es, ich wurde im Februar angerufen und man hat mir gesagt, dass das Ganze wohl nicht wird, weil die Q-Sales Module einfach nicht lieferbar wären und man hat mich dann vertröstet auf den Mai. Da war ich natürlich schon ziemlich geschockt, dass ich noch so lange warten muss und habe dann nochmal nachgefragt, wie sicher das Ganze denn ist mit Mai und da hat man mir eigentlich zugesichert, dass das schon relativ safe wäre das Ganze und vielleicht eventuell schon früher ich mit dem Ganzen dran wäre. Ja, jetzt haben wir Mai und was soll ich euch sagen, ich bin letzte Woche von meinem freundlichen Solateur angerufen worden und man hat mir kleinlaut mitgeteilt, dass man immer noch nicht lieferbar ist bzw. dass die Q-Sales Module leider immer noch nicht verfügbar sind. Und was noch schlimmer ist, man mir auch nicht sagen kann, wann das Ganze verfügbar ist. Also der Solateur bestellt direkt beim Hersteller, nicht über einen Großhandel oder ähnliches und der Hersteller kann keine Aussage darüber treffen, wann die Module wieder verfügbar sind. Und der Solateur hat mir dann auch gleich gesagt, sollte ich weiter auf diese Module warten, würde es vermutlich für mich auch nicht die Generation 9 werden, die ich bestellt hätte, sondern die Generation 10, die mit Sicherheit 50 Euro pro Modul mehr kosten würde, allerdings dann auch mehr Leistung hat, statt 390 Watt, die ich bestellt hatte, 410, 415 Watt. Damit könnte ich sicherlich noch leben. Mit dem anderen Angebot, was er mir gemacht hat, habe ich ein Problem. Und zwar hat er mir in Aussicht gestellt, wenn ich die verfügbaren Module, die er hätte, von Solawatt mit 375 Watt statt 390 von mir bestellten, die hätte er direkt verfügbar und sie hätten auch drei Jahre mehr Garantie. Und leider kosten sie auf meine 21 Module gesehen circa 1000 Euro mehr. Das heißt also, weniger Leistung für mehr Geld und ja, mit den 15 Watt weniger hätte ich noch leben können, auch wenn es dann nominell mehr eine 20 Module statt eine 21 Module Anlage gewesen wäre, aufgrund der fehlenden 15 Watt Leistung. Aber da hätte ich noch mit leben können, aber mit den 1000 Euro mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon ein kleines Problem. Und ich weiß nicht wirklich, ob ich das machen sollte oder nicht. Auf der anderen Seite ist es sicherlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Anlage mit Q-Sales Modulen dieses Jahr noch aufs Dach bekomme, eher verschwindend gering ist. Das kann natürlich relativ schnell gehen, dass die Bauteile wieder verfügbar sind, aber es hört sich nicht so an und ja, ist irgendwie eine sehr unschöne Situation. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen, dann teilt es mir gerne mit in den Kommentaren, auch wie ihr darüber denkt, ob ihr sagen würdet, schlag da ein Ei drüber, zahl die 1000 Euro mehr, dann hast du die Anlage schon oder sagt, auf jeden Fall warten, dann hast du auch die neuere Module. Ist schwer zu sagen, ich bin natürlich schon ziemlich hyped auf diese Anlage. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich nicht bereit, 1000 Euro mehr zu bezahlen für was, was auch noch eine schlechtere Leistung hat. Insgesamt von den Werten, wenn ich sie so einfach mal nominell miteinander verglichen habe, waren die Solar Watt Module in den Q-Sales Modulen auch unterlegen. Ist schwierig, da jetzt eine Aussage pro Solar Watt zu treffen. Ja, kommen wir mal zum Thema, ob sich so eine Solaranlage im Jahr 2022 noch lohnt und ob ihr da zugreifen solltet oder nicht. Wie bei allem im Leben kann man nur sagen, it depends. Also man kann es wirklich nicht wirklich genau sagen, macht es auf jeden Fall oder nicht. Wenn ihr es nur unter dem ökologischen Aspekt seht und Geld für euch keine Rolle spielt, brauchen wir natürlich nicht weiter reden, dann lohnt es sich natürlich immer. Dann lohnt es sich auf jeden Fall auch, eine Anlage mit Speicher zu nehmen. Dann habt ihr eigentlich nicht das Problem, dass ihr euch über irgendwelche wirtschaftlichen Sachen Gedanken machen müsst. Je größer euer Dach ist und ihr es euch leisten könnt, dann macht euch das Dach voll, packt euch den passenden Speicher dazu und alles gut. Für die anderen, die ein bisschen nach dem Geld gucken müssen, da kann man sicherlich sagen, es kommt stark aufs Angebot an. Mein Solateur hat mir ja gesagt, dass meine aktuelle Anlage 20% mehr kosten würde, wenn ich sie jetzt bestellt hätte. Mit Tendenz steigend, hinzu kommt, dass die Module nicht verfügbar sind. Da muss man sicherlich dann schon überlegen, gerade bei kleineren Anlagen, so bis 5 Kilowatt Peak, das hätte ich ja zu Anfang auch vorgehabt. Wenn ich nur meine Südseite belegt hätte, dann wäre ich nicht über mehr als 12 Module, 12 bis 14 Module gekommen. Jetzt habe ich ja noch einen Teil der Nordseite belegt. Also je kleiner die Anlage, je teurer der Preis und das ist dann schon nicht ganz unerheblich, wie der Kilowatt Peak Preis bei einer kleinen Anlage einfach steigt. Weil der ganze Overhead mit Gerüst, Unterkonstruktion und Co. einfach für so eine kleine Anlage deutlich teurer ist, als wenn ihr sagt, komm ich nehme noch 10 Module mehr. Ob dann bei der Unterkonstruktion als Beispiel die Stange noch 5 Meter länger ist, das macht dann vielleicht im Endeffekt 30, 40 Euro aus. Das Gerüst zum Beispiel wäre in meinem Fall steht auch, ob du nun die Anlage mit 40 Kilowatt Peak baust oder mit 20 Kilowatt Peak. Die Gerüstkosten sind die gleichen, aber wenn du natürlich nur eine 5 Kilowatt Peak Anlage hast, zahlst du die Gerüstkosten halt auch, weil das Ding muss einfach stehen. Von daher muss man sicherlich sagen, wenn ihr eine etwas größere Anlage plant, rechnet sich es vermutlich eher als bei einer kleineren Anlage. Ein großes Problem wird auf jeden Fall auch sein, überhaupt einen Solateur zu bekommen, der euch bis Mitte nächsten Jahres noch eine Anlage aufs Dach setzt. Ich sehe es an meinem Fall, ich habe im letzten Jahr bestellt und habe sie immer noch nicht. Es ist kein kleiner Betrieb, der das bei mir macht und wie gesagt mit direkten Hersteller-Connections, nicht über einen Großhändler oder ähnliches, dass man da irgendwie von einer Knappheit sprechen könnte. Von daher schwierige Geschichte, ob sich sowas lohnt. Ich würde vermutlich zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ich nicht schon bestellt hätte, nicht mehr nochmal neu bestellen, weil ich einfach auch zum Zeitpunkt, als ich bestellt habe, gehofft habe, dass dann, wenn im nächsten Jahr, also wenn in diesem Jahr die Grünen am Hebel sind, dass da vielleicht einspeisevergütungsmäßig die ganze Geschichte doch noch ein bisschen attraktiver wird, dass sich so eine Anlage schneller finanziert. Ich persönlich möchte nicht nur einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, sondern es muss auch irgendwo sich in meinem Portemonnaie nach einer halbwegs realistischen Zeit rentieren und damit meine ich so, bis zu 15 Jahren hätte ich so eine Anlage gern bezahlt. Wenn ich 25 Jahre für so eine Anlage bezahlen muss, dann ist mir das einfach zu langfristig geplant und ich kann halt einfach auch für mich selber nicht absehen, wie lange so eine Anlage wirklich hält und man da noch Leistung rausquetschen kann. Letztendlich, klar gibt es schon mittlerweile genug Anlagen, die auch länger als 20 Jahre auf dem Dach sind und immer noch eine gute Leistung abliefern, aber nichtsdestotrotz weiß man das halt für seine eigene Hardware nicht. Die hat sich ja letztendlich auch geändert, ob das immer zum Besseren ist, weiß man nicht. Von daher wären mir größer 15 Jahre einfach zu viel. Und beim Thema Speicher hatte ich ja eh schon gesagt, dass sich sowas wirtschaftlich gesehen einfach nicht rechnet. Ich finde es auch eine tolle Sache, so ein Ding zu haben. Ich würde mir so ein Teil auch gerne selber bauen, wie es zum Beispiel der Andreas Schmitz gemacht hat. Ich habe einfach nicht genug Expertise, auch wenn ich schon im Elektrobereich nicht komplett unterbelichtet bin, aber das würde ich mir nicht zutrauen, auch aus der Gefahrensicht her sowas zu machen. Da muss man schon ein bisschen tiefere Kenntnis haben, um sich sowas aufzubauen. Aber er sagt halt selber, sein Akku mit größer 10 Kilowattstunden Akku hat irgendwie 3.500 Euro gekostet, weil er ihn sich selbst mit den einzelnen Zellen zusammengebaut hat und er weiß auch genau, wann irgendwo eine Zelle kaputt geht, wie er die wieder austauschen kann. Dann ist das einfach eine super feine Sache. Für den gleichen Akku, sagt er selber, würde man sonst einen 5-stelligen Betrag bezahlen und das rechnet sich dann einfach über die Lebensdauer dieser Akkus nicht. Egal, was man da rechnen will oder nicht. Und wenn Leute euch was anderes erzählen, stimmt das einfach nicht. Wie gesagt, generell bin ich schon jemand, der sagen würde, nimm einen Akku und wenn du das Geld dafür über hast, sowieso. Aber wenn du aus rein wirtschaftlichen Interessen das machst, so ist es bei mir, dann lohnt es sich einfach nicht. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Und die Akkupreise sehen aktuell auch nicht wirklich so aus, als würden sie nochmal fallen wollen, zumindest in den nächsten 2 Jahren. Von daher, sollte das irgendwann mal so sein, kann ich mich sicherlich auch damit anfreunden, den Wechselrichter gegen einen Hybrid-Wechselrichter oder ähnliches zu tauschen, um dann die ganze Sache auf Akku umzustellen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt würde ich eher sagen, kaufe ich mir ein E-Auto und nutze den Akku als Speicher, als dass ich mir einen Speicher ins Haus setze, um in der Nacht irgendwie meine Lampen aus dem Akku speisen zu können. Ja, wie gesagt, teilt mir doch gerne mit, wie ihr die ganze Geschichte seht mit SolarWatt und Q-Sales, ob ich das Angebot annehmen sollte, die 1000 Euro einfach mehr zahlen, um die Anlage überhaupt dieses Jahr zu bekommen. Oder ob ihr eher darauf warten würdet und dann den Mehrpreis für die besseren Module bezahlen würdet. Würde mich sehr interessieren. Ich bin aktuell tatsächlich ziemlich hin und her gerissen und auch ziemlich gefrustet. Und ja, das soll es von diesem Video gewesen sein. Ich würde mich freuen über einen freundlichen Kommentar. Lasst doch gerne ein Like da, dann findet der Algorithmus auch meine Videos. Ansonsten sehen wir uns vielleicht in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald und ciao. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald, bis bald, bis bald, bis bald, bis bald, bis bald.